und damit willkommen zurück zu crossfire so reine kommandomission auch ein bisschen knackig gestaltet das kommando hält hier nicht so viel aus von den flammtruppen also ein paar schuss genügen und der ist platt gegenüber fanatikern kann also reinlaufen gar kein problem aber wenn die ankommen in der masse das flammenpanzer jetzt macht ja kein spaß mehr da hält er nicht lange durch hierhin komm mal mit ich muss schnell weg schnell rüber bevor sie abheben ach besser ding voll aus ne Mitkommen. Komm, wir locken sie mal. Kein Bock auf Risikos zu gehen, weil die Flammenpanzer sind noch zusätzlich getarnt hier. Hier, kommt mal mit. Gucken wir mal, wo die ganzen Lampenpanzer sind. Die können sie noch zusätzlich tagen. Komm schon mal mit. Dann legt er oben ab. Komm, die sind hier unten, das ist ganz gut. Das meine ich. Die verstecken sich dann irgendwo und dann hast du ein großes Problem gegen die zu kämpfen. Immerhin geschafft. So, zwar mit Unterstützung, Kommando ist auch drauf gegangen, aber egal, Missions geschafft. Jo. Ja, ja, Kommando Only schon mal ausprobiert. Das ist doch ein bisschen knifflig, wenn du nicht weißt, wo die Flammenpanzer sind. Jo. 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 Jo.